es ist ja gut schlecht vielleicht wenn er eben nicht nur so schlechte er herr herr er hat er hat sich nicht so wie solche leute die dann ich bin der Vater ich bin der Sohn du bist die Mutti es gibt solche leute die machen einen Minecraft-Groß was die was 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 Leute machen in Private Builds so Sachen wie Ja du bist der Vater, ich bin so ein Tochter Echt jetzt? Jaja klar Digga Digga früher wo ich angefangen hab auf Gamer hab ich immer ein Gun Game Oh mein Gott Ich hab auch komplett off-prime gespielt Da lass mich mal drauf Gold ich will auch noch einen holen Wenn ich mir jetzt daran denke jetzt ist mir alles geschlecht Ja dann hol ich Batsch Ja dann hol ich Batsch Ihr müsst oben lang carry nicht, komm ich schweb mir Punkt hoch Eck Jetzt musst du First Rush, komm Jungs Alex, du bist halt die Tochter Alex geh raus und du musst Lilo direkt wieder Ich weiß wie das tut Ja Alex mach, Lilo wieder Nein Elo droppt First Rush Digga Aber die haben noch Bogen gell Jungs, du musst aufpassen Ja das war Lumino Ich komm halt erstmal für hier zu gucken Absolut First Rush Digga Warum lag hier noch Holzbickel? Ist unser Bogen immer noch nicht oben? Nein Ich komm jetzt Ich komm jetzt Ich bin runtergelaufen Hups Das hat viel Elo, das ist sowas geil Digga 1000 Elo für jeden Ja Gigi Wie 1000 Elo für jeden, hä? Ja, wir müssen nicht retten sein Nein, die haben 1000 Elo Ich hab euch ja gerade verstanden, äh 1000 Elo für jeden 1000 Elo für jeden 1000 Elo für jeden? Ey wenn wir jetzt 1000 Elo für jeden kommen, würden wir dann noch zivil spielen? Ja? Nein Oh 2 down Junge, was bin ich für ne Bohrmaschine Digga Wenn wir 1400 Elo sind, dann hören wir vier Tage mit Chuckie W auf Na close einfach den Clan machen im Second Clan Ja die wollen die ganze Zeit im Second Gap spielen Junge Oh das kommt ja natürlich da, dann kann ja auch scheiße Aber bitte gib paar Blocks Digga fürs Video noch Ja ja Alex, was willst du machen? MLG oder was? Ja ich will die MLG'n und holen Hey, willst du das Video machen? Das, was die, auch was die gelabert haben Was, was habt ihr denn gelabert? Es ist ne Aufnahme jetzt Was? Achso ich wollte die Blocks geben hier da Hast du momentan? Natürlich, Alex, lass das was in den Kopf geben Gib mir Swap, gib mir Swap Ja Junge Muske, wir haben über Musst du das online stellen, Alex Ja ich schneid jetzt, wenn die was kacke gesagt haben Ja jetzt kannst du noch Video unten stellen, was du hier grad dauer Digga Ey Schimmer Digga easy Digga, erfolgreiche Aufnahme an der Stelle Und den Kill noch kommt? Ey, Alex, ich schneid alles raus, was ihr gesagt habt Ich hab Leite Magic gemacht, hab Bad Goal, ist besser GG Nice Cheers